Ja fang mal an. Hallo meine Lieben. Ja weiter. Ich weiß nicht mehr was du. Sag mal. Hallo meine Lieben. Heute schminke ich mal meine Mama. Hallo meine Lieben. Heute schminke ich mal meine Mama. Dann fangen wir mal an. Hier fang ich an. Also ich helfe dir ein bisschen. Genau das ist schon mal richtig. Wir machen aber diese Seite. Wir müssen erstmal Mamas Augenringe weg machen. Und das machen wir jetzt mit dem Concealer hier unter dem Auge. Unter dem Auge. Da? Ja. Das habe ich. Okay da noch ein bisschen auch. Ein bisschen mehr. Mama hat ein bisschen mehr Augenringe. Andere Auge auch. So jetzt sieht man das. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Foundation. Die Foundation ist das hier. Und mit dem Pinsel. Das kennst du ja schon. Okay. Warte. Machen wir erstmal hier. So. Jetzt auf dem Pinsel drauf. Und dann machen wir ins Gesicht. Warte. Ich weiß wohin. Ja? Mhm. Okay. Aber wir haben noch gar nicht gesagt wie du heißt. Wie heißt du denn? Achelia. Und wie alt bist du? Vier. Super. Ja. Aber du wirst bald fünf oder? Ja. Das zeige ich dann im Video morgen. Stimmt. Wenn du dann auch fünf bist. Gell? Mhm. Und du musst die Nase auch ein bisschen hübscher machen. So. Das habe ich. Und hier an den Seiten? Nicht? Noch nicht. So. Habe ich. Fertig? Mhm. Okay. Ähm. Dann machen wir erstmal auch etwas Kontur. Dann nimmst du diesen Pinsel. Mhm. Glaube ich. Und machst du mal etwas dünner. Hier. Hier und hier. So Streifen. Äh. Ich habe noch gar nichts bei der Farbe. Ja. Das ist ein bisschen weniger. Davon macht man nicht so viel. So. Und hier. Ne? Hier und hier. So. Das habe ich. Okay. Jetzt machen wir. Du wolltest auch diesen Rouge. Mhm. Sie hat sich diesen Rouge hier ausgesucht. Passend zu meinem Pulli. Dann nimmst du ein bisschen mit dem. Und machst mir so ein Bäckchen. Hier. Ne? Mhm. Die Farbe. Ja. Okay. Sehr pink. Ja. Okay. Nicht so weit. Das ist besser. Das ist besser. Okay. Ich habe deine Haare. So. Die Interessen. Genau. Guck mal näher. So. Das reicht immer noch ein bisschen. Ja. Ja. Oh. Warte ich doch gar nicht. Ach so. Dann machst du auch das? Ja. Okay. Ich mache dich. Okay. Ähm. So. Machen wir mit den Augen weiter. Da kannst du diese Base hier benutzen. Das machst du da, wo du den Lidschatten dann machst. Die ist von NYX. So eine weiße Base. Ähm. Hier machen wir das. Und andere Auge. Okay. Auch. Ich glaube Baby ist da. Genau. Bisschen fertig damit oder noch ein bisschen. Bisschen. Bisschen klier. So. Okay. Jetzt machen wir die Lidschatten. Hier. Den hier. Das halten. Und Mamas Augen machen. Baby ist wach. Mhm. Der Papa soll mal gucken nach ihr. Bist du so toll, Cassie? Ich denke auch. Ja, geht zu ihr. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr. Aber hat sie bestimmt genommen. Ja. Das denke ich auch. So. Das. Oh, noch ein Auge mit das hier. Die Augen verschieden? Okay. Das passt gut. Lila und Pink. Mhm. So. Fertig ist aber noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, das ist. Keine Lidschatten mehr? Ähm, ja, das reicht. Das reicht? Mhm. Okay. Was willst du jetzt machen? Mamas Augenbrauen? Hier. Hier die. Nachzeichnen? Ja. Ich weiß nicht, wie man das macht. Einfach malen, wo die sind. Da. Wo sind denn die Augenbrauen? Hier. Da, wo die Haare sind. Genau. Da macht man es ein bisschen stärker mit. Ähm, okay. Hast du? Andere auch? Auch. Das ist immer noch die gleiche. Ah. So, fertig. Fertig? Okay. Das geht ja voll schnell bei dir. Willst du Mama diesen Strich hier machen? Ja. Kannst du das auch? Ähm, ja. So, und jetzt machst du Mama hier so einen schwarzen Strich. Mhm. Wie ist das? Wie ist das? Mama? Oh mein. Wo machst du mir den Ein-Einer-Stich hin? Hier. Ja, das merke ich. Ähm, soll ich das hier machen? Eigentlich da. Mhm. Habe ich. Ist das jetzt schön? Noch ein bisschen hier habe ich zu machen. Okay. Mh, bist du jetzt fertig oder möchtest du noch ein bisschen machen? Noch ein bisschen jetzt. Okay. Noch ein bisschen Auge. So, fertig. Fertig jetzt? Mhm. Sehe ich jetzt hübsch aus? Ja. Okay. Jetzt ist die Künstler-Faulette von Katrin, dran. Ähm. So. Und, ähm, ja. Was noch? So. Das hier ist der. Okay. Der ist von Mac. Meine Wimpernentuschen. Ähm, damit. Oh. So. Fertig? Noch nicht. Noch nicht? Okay. So. Lila? Ja? Okay. Soll ich anzumachen? Nein. Ich mache das lieber hier bei der Nase. Nein, hier sehe ich. Wer hier? Okay. Ähm. Das passt doch hier hin. Ja, bestimmt. Nach oben. Naja, du bist genau so wie eine Blase. Echt? Ja. Seifenblase? Nein. Löcher dann? Gar nicht. Wie richtig? Schön. Ähm, wo soll ich das braun hinmachen? Keine Ahnung. Hier? Oder hier? Wohin soll ich das machen? Das ist Lidschatten. Lidschatten macht man immer da, wo die Augen sind. Oh, da habe ich schon hingeschmiert. Hier hin. Hingeschmiert oder mich geschminkt? Da. Okay. Na, mach's so fest. Mhm. So. Fertig? Nein? Okay, was noch? So. So, dann nutzen wir jetzt mal das hier wieder. Okay. Die Base? Okay. Mhm. Das mache ich, ähm, da hin. Und dann? Schmecke ich dich. Okay. Okay. Da kommt die Base hin. Ähm, dann schmecke ich dich. Okay. Gehst du denn mit mir raus? Hm. Und wie soll ich das machen? Gehen wir so in den Kindergarten? Nee. Warum nicht? Ja, weil schlafen, oder? Nee, heute ist Habstag. Heute ist kein Kindergarten. Noch mal grün? Ja. Okay. Hier hin. Okay. Findest du dich auch schön dann? Bestimmt. Ähm, da ist noch was, oder? So. Komm, beeil dich. Du bist ja schon auf dem Weg. Wohin? Hierher. Oh nein. Schneebein. Du, 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 du. Was denn? Ich kann nicht so schnell. Ich mache es so schnell, ich kann. Okay. Oh nein. Soll ich das hier machen und hier hin? Wie du magst. Ui. Da, den Lichtschatten. Ja. Nein. Hier ist sie nicht drinnen. Nein. Hier ist sie aber nicht drinnen. Hier ist sie nicht drinnen. Hier ist sie nicht drinnen. Hier ist sie nicht drinnen. Nein. Da ist sie nicht drinnen. Sie ist ein Badenzimmer. Nein. Sie ist wirklich drinnen. Sie ist duschen. Lebt sie schön. In der Dusche? In der Dusche schlafe ich nicht. Nein. Sie ist im Bett. Sie ist im Bett. Ich dusche im Bett? Nein. Ich gehe schlafen. Nein! Sieh nach meinem Bett! Ah! Ah, ich habe das wirklich dahinter fallen. Scheiß nicht erschreckt. Ja, aber mach ich nie wieder, wenn ich da nicht weniger habe. Jetzt mach das ein bisschen. Okay. Ich habe große Angst, ne? Wieso? Bin ich jetzt hübsch? Noch nicht! Nein, das reicht schon. Guck mal, der malt noch. Hier, das malt noch. Mhm. Der ist ein bisschen zu leicht. Ja, das machen wir nicht so viel. Machen wir es denn hier? Ja. Die braun-haar, schwarz-haar? Mhm. So. Jetzt hat's rausgehe. Ah! Und wenn der Arm sagt, jetzt habe ich dich geschmiert. Oh Mann! Ich glaube, das war nicht das erste Mal. Jetzt kannst du mich irgendwie da schrecken! Wollen wir so rausgehen? Wollen wir so rausgehen? Wollen wir so rausgehen? Wollen wir so einkaufen gehen? Wenn du magst. Gehst du so mit mir raus? Eigentlich nicht. Was ist das hier grün? Das hast du gemacht? Das weiß ich. Und dann packst du mich? Wenn du es nochmal willst, mach das. Buh! Äh, jetzt nicht. Jetzt kannst du nochmal machen. Buh! Mhm. Und fertig? Noch das. So. Fertig. Fertig? So. Darf ich mich jetzt mal angucken? Ja. Hm. Ich kann ja nicht so gucken. Hast du toll gemacht, mein Schatz. Wunderbar sieht das aus. Ja. Gehst du raus? Soll ich? Das. Das. Ich dich mit hab. Das kannst du abmachen. Okay. Das verspiert. Dann mach ich ab. Und dann geh mir so raus. Also. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch beim nächsten Video zuschaut. Tschüss. Tschüss. Super, mein Schatz. Boah. Guck mich auch. Tschüss. Tschüss. Das wird nicht mal ein Blush. Blush? Du bist kein Blush. Ich bin kein Blush? Ach, das ist das Weiße. Du siehst aus, das ist eine Prinzessin. Das ist eine Prinzessin? So. Tschüss. 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 Dann braucht mich. Tschüss. 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 Tschüss.